Ein Revolutionärhund in den Straßenleuchtmitteln, die DotLux Retrofit AstroDim. Das Besondere am Leuchtmittel, sie teilt ihre Laufzeit automatisch in sechs Abschnitte auf, in denen die Leuchte verschiedene Lichtstärken abbildet. Wie funktioniert das Ganze? Die Leuchte merkt sich nach der ersten Betriebsnacht, in der sie mit 100% Leistung fährt, ihre Brenndauer. Im zweiten Leuchtbetrieb schon, teilt die Leuchte diese Laufzeit in sechs Abschnitte auf, wobei sie die Leistung auf bis zu 35% drosselt. So klärt sich auch das Problem mit der Sommer-Winterzeitumstellung. Denn auch hier braucht das Straßenleuchtmittel nur eine Nacht, um sich automatisch zu rekalibrieren. Ihr Vorteil dadurch, zusätzlich zur Ersparnis auf LED-Umrüstung, ist nochmal ein Einsparpotenzial von 25% vorhanden, ohne auf teure Dali-Systeme umzusteigen. Außerdem unterstützt die Retrofit AstroDim den Insektenschutz und beugt der sogenannten Lichtverschmutzung vor. Das E27-Leuchtmittel kommt mit 18 Watt auf 2.900 Lumen, ersetzt somit leicht eine 80 Watt HQL bzw. 50 bis 70 Watt NRV und hat somit eine Effizienz von sage und schreibe 161 Lumen pro Watt. Die Enec-zertifizierte AstroDim kommt auf mindestens 35.000 Stunden, wodurch schon einige Jährchen an Laufzeit zusammenkommen. Das Hightech-Leuchtmittel ist in einer 360-Grad- und einer 270-Grad-Abstrahlwinkelversion mit drehbarem Sockel zum Steuern der Lichtrichtung verfügbar, bei einer Lichttemperatur von 3000 Kelvin bzw. 2700 Kelvin. Auch bei diesem Fabrikat aus dem Hause DotLux profitieren Sie von den satten 5 Jahren Garantie. Ein heller Stern am Filament, die DotLux Retrofit AstroDim. Ein heller Stern am Filament, die DotLux Retrofit AstroDim.